Piero Nelli war ein italienischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur. Leben Nelli arbeitete bereits Ende der 1940er Jahre mit Giuseppe De Santis zusammen und veröffentlichte 1950 seinen ersten eigenverantworteten Dokumentarfilm, dem bis 1967 regelmäßig und bis 1989 noch vereinzelt zahlreiche weitere Werke folgten. Sie erhielten oftmals große Beachtung und wurden als wichtig eingestuft, so Mauthausen mahnt. Ein Arbeitstag oder La Banta Negro, der 1966 beim Filmfestival von Venedig mit dem Premio San Marco, ausgezeichnet wurde. 1952 debütierte Nelli im Spielfilmbereich mit dem nach eigenem Drehbuch entstandenen La Patria Sperrtiute, indem er einen historischen Stoff mit den Mitteln des Neorealismus und mit Laiendarstellern ohne große Rücksichten auf Kino oder deklamatorische Konventionen inszenierte. In den 1960er Jahren beteiligte er sich an einigen Episodenfilmen und war ab 1967 fast ausschließlich für das Fernsehen tätig. Auch hier drehte er bedeutende Filme wie El Los Conesciuto, Il Cappello Nero, Il Guardino Noturno oder Rosa e Il Mago. Zweimal gelangten diese auch auf die Leinwände italienischer Kinos, dabei lief La Fabrica del Uomo auch auf dem Filmfestival von Trieste. Seine von sozialem und historischem Interesse geprägten Arbeiten umfassen auch rein zu Sprachen und Dialekten seines Heimatlandes sowie den bemerkenswerten Il Passatore. 1963 gründete Nelli mit Ansano Gianarelli die Produktionsgesellschaft Raiac, mit der sie Dokumentarfilme, Industriefilme und Fernseharbeiten förderten erschien der Roman Uncaso di Destino, der von Lesern und Kritikern positiv aufgenommen wurde. Nelli wurde bislang nicht die kritische und historische Aufmerksamkeit und Rezeption zuteil, die sein Euro verdient. Filmografie 1952 La Patria Sperrtute 1961 Die Italienerin und die Liebe